so bonbon jawohl gleich ich hänge hier fest ok da ist nichts das heißt wir gehen runter am alter was was war das also doch kann ich auffüllen stemmen wir haben ja erhöht das weißen lag so können wir nicht hier ach so ihr hier da können wir auch noch welche machen wo geht es da hinten hin da geht schon weiter das heißt wir aktivieren den nächsten kristallturm wir nehmen natürlich wieder mit und da ist wieder einiges für uns so hier um verdammt das geht sich nicht aus und da ist Musik Warte, ich schieb den jetzt rüber. Musik Zablütschen. Ähm, bin rüber. Bin hoch. Warte, ich schieb den jetzt rüber. Ich schieb den jetzt hier hin. Den machen wir erst mal hier hin. Musik So, jetzt aber. Musik Zwillings-Oase. Sieht unecht aus. Ah, okay. Warte mal, Richtung Bonbonlager war. Musik Okay, hier hinten rum muss ich sowieso noch komplett, deshalb gehen wir hier. Musik Da drüben liegt noch eine Säule. Die sind hier jetzt ziemlich mies drin versteckt. Musik Ja, hier auch. Musik Okay, holen wir mal. Musik Sex Einmal rundherum. Musik Achso, Gespräch. Hoppla. Ja, gleich. Ja, gleich. Musik Na weißt du was, wir sprechen gleich mit ihm. Musik Ich bin so hungrig. Ah, okay. Musik Eigentlich will ich aber zuerst rundherum, ich weiß nicht warum. Da drüben ich dir noch eine Truhe. Musik So. Musik Musik Da vorne ist noch eine Säule. Musik Okay. Musik Hier sind die Kreaturen wieder. Musik Ein Bonbonlager. Ich glaube dann haben wir es, ne? Hallo. Musik So. Musik So, hier ist aber keine Truhe, nicht? Bis auf die eine hier hinten. Okay. Musik 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 Oh? Hey, Gillette ist nicht bei der Versammlung. Wo ist er denn? Da drüben, was macht er da? Sehen wir mal nach. Ah, hier drüben. Gillette, da bist du ja. Was machst du denn da? Ach, nichts. Du bist jetzt schon zurück. Ich prüfe nur das Wasser. Ich wollte dich gerade fragen. Der Wüstenfang spuckt in der Begräbnisstätte herum. Habe ich recht? Psst, es gibt etwas, was ich dir sagen muss. Alter, was? Okay. BAM! BAM! okay man jetzt spricht mit also zuerst muss ich mit ihm reden super sie sind da kommt setzen wir uns nun zusammen also ich muss mich schon wieder verkleiden warte f4 also muss ich ja gedrückt halten gillett was hast du gefunden also ich als ich bei den zwillings oasen ankam sprang der wüsten fangen wie aus dem nichts aus den dünen aber ich bin nicht in panik geraten und habe stattdessen gekämpft was wieso lügt er denn um zur sache schlug mich mit seinem schwanz zu boden und ich zündete schnell ein feuerwerk das hat es abgeschreckt und ich bin in den steinwald geflohen ich habe gerade keine spur gesehen deine augen sind so alt wie du selbst vielleicht waren die spuren mit sand bedeckt ulf ich brauche einen bericht über die verletzung und bereite die teams vorwiegend später in den steinwald hey rauf was ist denn da los keine sorge sie sind ohnmächtig geworden der spion im team wird bald enttarnt jetzt wird es interessant du bist der hauptmann des servisteams was ist denn hier los sie haben alle das wasser getrunken das wasser in der oase ist verdorben jemand muss es vergiftet haben rüster du nicht so als ob du unschuldig wärst du bist es gillett ich weiß dass du es bist ich habe diese flasche im see gefunden dort ist schlaf fruchtsaft drin zweifel schluss gehört sie priester silk was hast du noch zu sagen jetzt verstehe ich du bist es kaku du hast gilletts befehl befolgt um den schlaftrunk aus meinem zelt gestohlen ich es gibt es zu und sagt uns was du wirklich vor hast dann zeige ich vielleicht etwas gnade interessant gillett du wirst du nicht verteidigen ich habe noch nie von einem schlaf fruchtsaft gehört wahrscheinlich erzählt das alles geplant und will meinen mann reinlegen er zwei steckt doch unter einer decke schnappt sie euch beruhigen wir uns erstmal so wie ich das sehe ist das alles ein großes missverständnis versuchen wir herauszufinden was passiert ist nein lasst mich in ruhe äh wo soll ich mich denn verstecken was geht zum steinwald und suche schutz ok klein moment eigentlich wollte ich kurz pause machen und dann noch mal zurückkommen aber der kommt aber nicht durch oder kann ich da jetzt eigentlich zurück wahrscheinlich erst wenn die quest vorbei ist oder ja da komme ich ja gerade her bin ich zu früh durch okay dann gehe ich noch mal durch es hat ja da angezeigt ich gehe zum steinwald ja gehe zum steinwald ja ich ähm okay das ist glaube ich ein zeichen ich habe keine ahnung ob ich jetzt hier überhaupt richtig bin ah doch ok so wir sind hier durch aber weißt du was was ich gerne machen würde wir haben da drüben noch nicht alles ich würde hier hinten gern das alles noch fertig machen machen wir das ne und dann können wir da ja jederzeit wieder durch das machen wir so bevor ich vergesse schauen dass man gleich am anfang so gut wie es geht so viel wie es möglich ist mitnehmen so gut so gut da sind wir weil hier hinten haben wir auf jeden fall noch nicht alles da hinten haben wir auf jeden fall noch nicht alles das wäre mit das wäre mit das wäre mit das wäre mit also aber schauen wir natürlich auch wieder hier ob man hier nichts übersehen da waren wir schon da oben waren wir schon okay oh oh Du bist ja aggressiv, Bürschchen. So. Okay, hier haben wir ein Lager. Warte, die nehmen wir auch noch mit. So. So, und du bist auch durch. Und du bist der Nächste. Komm her. Alter, was machst du denn, Bürschchen? Hörst du auf? So. Dann haben wir hier auf jeden Fall eine Truhe. Da haben wir dann ein Relikt bekommen. Warte, bevor wir aber... ...bevor ich das jetzt hier übersehe. Beziehungsweise dann vergesse. Nehmen wir das noch mit. So, und jetzt gehen wir am besten da rein, oder? So. Ruhig, Brauner. Sehr schön. Erledigt. Und wir gehen rein. Ach so, so. Ich dachte, ich könnte einfach durchspringen. Dabei muss ich ja eh drücken. Warte ganz kurz. Schwarze Pimpals. Okay. So, warte ganz kurz, warte ganz kurz, warte ganz kurz. Unos momentos, Calimarius. Und was geht's denn hier drinnen? Oh, aha, okay. Gut. Das haben wir mal. Ups. Und oben sind wir. Und das war's schon. Okay. Das war ja jetzt sehr, sehr einfach. So, mitgenommen. Sehr schön. Abgeschlossen. Und wieder raus. Jetzt sind wahrscheinlich die Gegner noch gar nicht da, da. Okay. So, komm ich hier irgendwo hoch. Gibt da oben vielleicht sich irgendwas noch versteckt? Nö. Wie weit komme ich denn da überhaupt drüber? Ah, ich komme gar nicht weiter. Okay, warte. Wir nehmen die natürlich mit. So. Okay, jetzt ist halt die Frage, ob es dann hier hinten generell noch irgendwas gibt. Da unten war man auf jeden Fall. Na, siehst du? Da steht mitten im Nirgendwo einfach eine Ruhe. Da unten war ich. Okay, warte. Die ist dann wahrscheinlich eh gleich wieder in dem Gelände. Da steht wieder eine Truhe. Okay, warte. Unsere Austau muss ich noch erholen. So, dann machen wir... Das war nicht das Richtige, was ich machen wollte. Eigentlich wollte ich das hier machen. Ach so, geht das gar nicht? So, abgeschlossen. Dann haben wir hier vorne noch eine Säule. Zwiebelkopfbedeckung. What? Alle 10 Sekunden heilt dich der von Monstern erlitterne Schaden und 15% deiner maximalen Gesundheit. Alle 10 Sekunden heilt dich der von Monstern erlitterne Schaden. Wir probieren. Es sieht aber schon cool aus irgendwie. Zwiebelkopf. Zwiebelkopf. So. Hier ist sonst nichts mehr. Da haben wir noch eine Säule. Wie weit kommen wir hier jetzt noch hinter? Nee, gar nicht mehr. Okay. Da drüben steht noch eine Truhe. Was haben wir denn hier noch? Ist HeX meine ig gefallen. Ah, man. Ah. shimmer. Oh. Oh. Oh.